Kurzatmigkeit, Atemnot und stotternder Atem. Es gibt nichts zu beängstigendes, wie das Gefühl zu haben, dass man keine Luft bekommt. Und die Gründe dafür können vielfältig sein. Ob es nun die Atemwegserkrankung, wie COPD oder Asthma, Stress oder Ängste sind, auch Rauchen, Allergien, Übergewicht oder langes Sitzen. Atembeschwerden können das Leben schwer machen. Aber dagegen kann man etwas machen. Dagegen zeige ich dir jetzt eine Schritt-für-Schritt-Atemübung, die du kinderleicht nachmachen kannst. Und du wirst sehen, danach das Atmen, das wird sich ganz anders anfühlen. Mach einfach mal gerne mit. Rutsch zunächst erstmal auf deinem Stuhl auf das vordere Drittel, dass du schön richtig Platz hinter dir hast. Richte dich auf. Du kannst es natürlich im Stehen, so wie ich machen. Du kannst es aber auch im Sitzen weiterhin machen. Richte dich auf. Das ist ganz wichtig. Mit dem Oberkörper jetzt schön gerade bleiben. Hier veränderst du dich nicht. Du rutschst weder nach vorne ein, noch nach hinten ausbrechen. Wir bleiben gerade jetzt hier. Richte den Oberkörper auf. Nimm den Arm nach oben. Und neige dich mal zur Seite hin rüber. Irgendwann wirst du hier eine Spannung in der Seite merken. Ganz wichtig, ich habe ja schon gesagt, nicht nach vorne hin ausbrechen. Wieder nach hinten hin. Hier in einer Linie bleiben. Halte die Position. Geh in die Dehnung rein. Bis du hier eine Spannung merkst. Irgendwo im Flankenbereich. Das kann hier oben sein, Richtung Schulter. Das kann aber auch direkt hier im Flankenbereich sein. Bleibe in der Position. Fang an, durch die Nase einzuatmen. Durch den Mund auszuatmen. Mit jedem Atemzug versuchst du nicht mehr, diese Flanke hier rauszuschieben. Als würdest du in diese Flanke reinatmen. Und du wirst merken, je häufiger du das machst, jede Wiederholung, da wirst du mehr in diese Flanke reinkommen. Nach 40 Sekunden nimmst du den Arm dann runter. Dasselbe Spiel dann nochmal mit der anderen Seite. Du kannst auch zwischendurch mal vergleichen. Wie fühlt sich links und rechts jetzt an? Du wirst womöglich schon einen Unterschied merken, weil die Flanke jetzt eben schon gedehnt ist. Selbe Spiel bei der anderen Seite. Arm nach oben, zur Seite hin rüber neigen, Oberkörper aufrecht halten und halte die Position kurz. Atme in die Flanke hinein. Jeder Atemzug zunehmend tiefer werden. Nase ein, Mund aus. Wieder dasselbe Spiel. 40 Sekunden halten. Nach 40 Sekunden gehst du langsam wieder raus, kommst wieder in der Grundposition an und vergleichst einfach mal, wie fühlt es sich jetzt an und wie hat es sich vorher angeführt? Wenn du nun einatmest, du solltest schon deinen Unterschied merken. Das ist eine super einfache Übung. Wie gesagt, du kannst es im Sitzen oder im Stehen machen. Du siehst schon, die Übung ist so einfach. Durch die regelmäßige Durchführung dehnen wir die Atemmuskulatur und halten sie flexibel. Diese Muskeln sorgen normalerweise dafür, dass sich die Lunge wie ein Ballon aufblasen kann, um genügend Sauerstoff aufnehmen zu können. Doch durch die gezielten Atemübungen können wir die Muskeln aktiv dehnen und lockern. Das wiederum führt dazu, dass die Brustmuskulatur einmal geöffnet wird und dass die Lunge wieder ausreichend Platz hat. So können wir also wieder freier durchatmen, mehr Sauerstoff aufnehmen, was uns insgesamt mehr Energie und Vitalität gibt. Noch einmal, diese Muskeln sind dafür verantwortlich, dass sich dein Brustkorb beim Einatmen öffnet und deine Lunge mehr Platz hat. Um Sauerstoff nun aufzunehmen, doch wenn deine Muskulatur zu steif geworden ist, kann sie sich nicht mehr richtig bewegen und das hindert uns daran, ausreichend Luft aufzunehmen. Also, speichere dir dieses Video ab, übe es häufiger und du wirst sehen, dass du freier durchatmen wirst. Super, wir machen jetzt noch eine weitere Übung, um tiefer und leichter durchatmen zu können und deinen Körper optimal mit Sauerstoff zu versorgen. Rutsch wieder auf dein vorderes Drittel von deinem Sitz. Ich stelle mich mal seitlich zu dir hin, damit du das besser sehen kannst. Nimm deine Hände mal hinter dich und leg sie auf deinen Rücken, dass du so deine Hände greifen kannst. Dann richtest du dich jetzt auf, schaust im 45 Grad Winkel mal nach oben und versuchst, diese Hände jetzt mal von deinem Rücken zu lösen. Achte dabei darauf, dass du hier mit deinem Oberkörper dich nicht mit nach hinten ziehst oder auch nicht, dass du versuchst, nach vorn hin auszubrechen. Dein Oberkörper bewegt sich jetzt gar nicht mehr. Halte die Position, wenn du deine Arme so weit wie es geht nach hinten gezogen hast und du wirst merken, hier in diesem Bereich, also Brustmuskulatur, kann aber auch wieder Schulterbereich sein, da wirst du eine Spannung merken. Halte die Position, komm wieder an, atme durch die Nase ein, und durch den Mund aus. Mit jedem Atemzug versuchst du dann nochmal die Spannung mit deinen Händen, mit deinen Armen ein bisschen zu intensivieren, dass du ein bisschen weiter nach hinten ziehst und versuch den Oberkörper wieder aufrecht zu halten. Dasselbe Spiel wieder, 45 Sekunden Minimum, lass deinen Körper ankommen in der Position, atme ruhig und versuche immer mehr in die Spannung reinzukommen. Du wirst merken über die Zeit, das Atmen, das wird leichter, gerade weil die Muskulatur sich dann eben gelöst und gelockert hat. Nun, nicht jeder kann jetzt die Arme so weit nach hinten nehmen und sich damit dehnen. Das erfordert eine gewisse Beweglichkeit, die wir nach und nach erst verbessern müssen. Aber keine Sorge, es gibt eine Alternativübung, die genauso effektiv ist und dafür auch ideal für jede Person geeignet ist. Probiere es nochmal aus. Als Alternative kann man auch wunderbar natürlich seine Umgebung dafür verwenden. Ein ideales Mittel dafür ist der Türrahmen. Der ist ideal dafür. Liegt deine Hände dafür relativ weit unten, ungefähr auf deiner Hüfthöhe, kannst du deine Hände dann ablegen und gehst mit deinen Händen, die lässt du drauf liegen und gehst etwas nach vorne und hältst die Spannung, bis du merkst, dass es im Brustkorb, ungefähr hier oben, fängt es dann an zu ziehen. Es kann auch ein bisschen weiter unten sein, da sitzt ja auch noch die Brust. Es kann auch im Schulterbereich sein, je nachdem, wo da dein Engpass ist. Wenn du dann in der Position angekommen bist, dass du dann reingehst, gehst ein bisschen weiter in den Türrahmen rein hältst die Spannung, schau nach vorne, wieder, richte deinen Oberkörper auf, halte die Position und fang an zu atmen. Nase einatmen, Mund ausatmen. Mit jeder Dehnung, ich drehe mich mal um, dass du mich jetzt immer dabei sehen kannst, wenn ich jetzt mit jedem Atemzug weiter nach vorne gehe, lässt die Muskulatur immer weiter locker, wieder, wie ich eben schon gesagt habe, bei den Übungen zuvor, 45 Sekunden halten, Nase einatmen, Mund ausatmen. Dann hältst du die Spannung, gehst langsam wieder raus, nimmst die Arme zurück. Das ist die Alternative dazu, wenn du jetzt zum Beispiel das mit den Händen nicht hinter den Rücken machen kannst, funktioniert genauso gut. Du solltest nun anschließend merken, dass das Atmen leichter geworden ist und vor allem die Atemmuskulatur gedehnt ist. Sie wird sich besser anfühlen. Das ist jedoch beim ersten Mal nur eine Momentaufnahme, wird sich über einen längeren Zeitraum wieder verlaufen und das wiederholen, wird sich dann jedoch ein langfristiger Erfolg einsetzen und das Atmen wird leichter. Probiere es aus. Hast du Schwierigkeiten beim Atmen? Möchtest du wieder leichter durchatmen und dein Wohlbefinden steigern? Dann ist der Atemmentor genau das Richtige für dich. Mit einer großen Auswahl an individuellen Atemroutinen, die du bequem von zu Hause aus nutzen kannst, findest du immer die passenden Übungen für deine Bedürfnisse. Du kannst das Programm sieben Tage lang vollkommen kostenfrei und ohne Risiko testen und so kannst du dich auf die Reise für deine bessere Atmung begeben. Ich wünsche dir alles Gute, einfach wundervolle Tage. Bis dahin, dein Nico.